Hallo, ich bin der Matthias, ich bin Teamleiter von der Bildtechnik hier am ICF Freiburg. Die Aufgabe von uns Bildtechnik ist es, alles das, was du hier vorne auf der Leinwand siehst, darzustellen. Es können Bibeltexte sein, Bilder, Videos, immer eine Absprache mit dem Prediger und wir blenden natürlich auch die Songtexte ein während dem Workshop. Für uns Bildtechniker ist es natürlich genial, hier im Kino um Sinemek zu sein mit dieser riesen Leinwand. Man sitzt da vorne vor diesem kleinen Bildschirm am Laptop, drückt auf die Maus und dann sieht man das Riesenbild vorne auf der Leinwand. Das fasziniert mich jedes Mal immer wieder aufs Neue. Wir möchten die Atmosphäre des Sonntags hier herrscht durch die visuelle Darstellung noch verstärken, sodass die Atmosphäre dir gefällt, aber vor allem auch Gott. Wenn du ein Herz für die Technik hast oder auch einfach so mal schauen willst, was wir so machen, sprich ihn nach dem Gottesdienst doch einfach an, komm kurz auf mich zu. Ich würde mich sehr über dich freuen. Außerdem bieten wir dir am 5. November die Möglichkeit, hier drüben im Office alles anzuschauen, was wir an der Bildtechnik so einsetzen. Wir bauen unser Equipment hier auf, wir zeigen dir die Programme, mit denen wir arbeiten. Also es ist eine super Gelegenheit für dich, wenn du mal reinschauen willst, hier vorbeizukommen. Ich freue mich auf dich.